hallo herzlich willkommen zum neuen video heute wieder ein besonderes video denn ich gehöre ich bin das türchen nummer 18 vom kleblatt adventskalender in den buchstaben das heißt ich präsentiere euch heute einen weihnachtsmarkt denn ich wohne in berlin und hier sind sie noch geöffnet und ja ganz ganz oft in deutschland ja nicht mehr und deswegen habe ich gedacht es wäre doch irgendwie eine coole sache wenn ich euch einfach den weihnachtsmarkt zeige und eine menge spaß heute habe damit ihr auch ins richtige weihnachtsfeeling kommt genau dafür ist der adventskalender wie viel gemacht sozusagen also es sind ganz ganz tolle viele nette jungs und mädels dabei die quasi fast jeden tag ein türchen präsentieren und wir haben auch alle zusammengelegt für eine gruppenverlosung am ende das heißt man kann zweimal 25 euro amazon gutscheine gewinnen indem man sich einfach alle videos anschaut und überall ist halt ein buchstabe versteckt außer in diesem video weil ich hätte zwei türchen in diesem adventskalender und ich habe aber nur einen buchstaben und den habe ich im ersten video versteckt das heißt in diesem video wollte keinen bestanden suchen aber ansonsten ja müsst ihr natürlich fleißig die videos schauen und die lösungsbuchstaben also die ergeben natürlich ein sinnvolles wort und dieses wort wir haben unten in der infobox eine e mail adresse alle hinterlegt also in jedem video findet ihr das unten in der infobox könnt ihr einfach das lösungswort hinschreiben bis zum weihnachten 24 12 12 12 uhr und dann wird ausgelost es ist quasi noch last minute weihnachtsgeschenk kommt es dann an bei euch und wird ausgelost zu weihnachten als kleines extra gesendet ja was habe ich alles gesagt naja alle teilnehmer sind auch in der infobox verlinkt da müsst ihr auf jeden fall darauf achten und jedes video wo ein buchstabe versteckt ist von anfang bis ende angucken denn man muss den buchstaben ja finden genau und ich habe auch eine playlist angelegt da könnt ihr auch ganz einfach draufklicken das ist dann noch einfacher als auf die einzelnen links drauf zu drücken und ja jetzt wünsche ich euch ganz viel spaß mit meinem türchen der weihnachtsmarkt findet an der zitadelle in berlin-spandau statt und der eintritt kostet 3,50 euro das ist es aber auch wert muss ich dazu sagen es ist nämlich die bedeutendste und besterhaltenste renaissance festung europas und es hat auch das älteste gebäude berlins steht da drauf nämlich der julius turm der ist nämlich aus dem 13 jahrhundert also die szenerie die ist auf jeden fall grandios over the top also noch besser geht es nicht da finden immer auch ganz viele events statt auch so mittelalter märkte und so und die kulisse ist dafür einfach wie für gemacht ganz viele museen und ausstellungen sind auch auf dem gebäude ist alles heute mit dem preis inbegriffen ich zeige euch aber nur den weihnachtsmarkt und nicht die ganzen museen der weihnachtsmarkt gehört also zu den schönsten und traditionsreichsten weihnachtsmärkten in berlin das ist auf jeden fall ein besuch wert und uns erwarten historische karussells uns erwarten ganz viel handwerkszeug ganz viel nascherei süß und auch natürlich auch herzhaft und ganz viele handwerks menschen und kunsthandwerk und kulinarik übrigens wenn ihr das sehen könnt wenn ich wo sich zusätzlich einblenden es ist quasi mitten auf dem wasser gebaut leute es ist wirklich in der hervorragenden kulisse also ich bin gleich gespannt wir waren dann noch nicht und wir schauen uns das gleich mal an aber die szenerie soll auf jeden fall wirklich beeindruckend sein und natürlich dass wir jetzt gleich noch parkplatz finden und dann geht es direkt los mit dem weihnachtsmarkt so dann wollen sie noch ausweise sehen einmal frau maura und einmal herr maura dankeschön super danke grillwurst schämpflinger pfanne krakauer nackensteak und grünkohl mit knogger ist das die reihenfolge da sind dinos knacker glühwein hütte glühwein ein glühwein zwei glühwein das ist die reihenfolge da sind die nussknacker wollen wir zuerst nussknacker hier gibt es auch guck mal hier die glühweine kosten unter fünf euro das ist aber sehr schön das sind die preise um uns getrunken zu machen richtig ich darf aber nur eigentlich muss noch autofahren das aber sehr gut oder heiße kirche vanille ist da alkohol drin ein bisschen okay schatz was möchtest du haben okay ich hätte gerne so eine heiße kirche vanille ich bin zwar nicht so der vanille fern aber schmeckt bestimmt gut oder das ist aber nur so klein auf jeden fall naja ich ich fahre nachher erst ich bin ja noch zwei stunden unterwegs das mal schön aber ja das klappt nicht die maske trinken entschuldigung oder riecht aber gut ja das schmeckt nach kirche vanille und hat so leichten weingeschmack hat schmeckt wirklich nach kirche und vanille aber ich finde so ein großes feuer das riecht auch immer sehr sehr gut ja also ich muss wohl der lachs drüber hängt es ist halt das riecht aber nicht fischig es riecht nur nach rauch ja es ist dieser buchenrauch glaube ich dass das solch mal nachfragen nee aber es ist ganz angenehm ich mag das dass die jetzt über haben sie jetzt auch abgesperrt weil man schon so die feuerfrei zugänglich hat man vielleicht manchmal angst dass man zu nah rankommt aber das ist abgesperrt das sieht sehr schön aus ja er macht frisches brot rein guck mal er sieht aber auch aus wie so ein guter bäcker mit so einem richtigen ofen wir haben uns noch nicht einmal so ein richtig frisches brot mitgenommen wir haben aber auch noch zu hause so viel brot ruhig sind keine brot fans aber ich bin immer begeistert das zaubert mich immer ein bisschen ja weil wir halt auch nicht so viel wird auch wenn ich kein fisch esser bin dass der lachs ganz gut aussieht ich kann gleich nur mal rangehen dass sonst riecht wirklich sehr gut der räucher lachs einmal zurück ja bitte dankeschön war sehr lecker ja ebenfalls danke ich gucke mal möchtest du probieren schatz ist hier zu kräftig soll ich probieren dankeschön oder er hat so ein bisschen zu stark danke dankeschön ja möchtest du ein mochi haben ja dann holen wir uns das ist ein mochi das ist die geschmacks das sind die geschmack gesagt haben wir noch raus gut aber ich kann euch ja machen was wollt dann haben wir sind jetzt die sortischen das ist übertrieben lecker das ist diese reis gesüß gebäckkugel was kosten die hier gemacht einer kostet drei euro und drei kosten sieben euro wenn du was abhaben möchtest dann musst du mindestens drei kaufen möchtest du ein oder mehr kugeln haben fast das ist die falsche frage also eine kugel ja okay eine bis zartzen kugeln muss ja auch nicht teilen schatz ist man alleine Musik 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 Sehr lecker Und du weißt gar nicht wie weit deine Mundwinkel nach oben gehen Du bist sehr glücklich gerade Wenn ihr den Stand mal bei euch seht Müsst ihr auf jeden Fall kaufen Wollen wir noch mal fragen wo er sonst so steht Das können wir machen Damit wir für Nachschub sorgen können Ja können wir machen Fangen wir noch mal nach Das kann man Müll wegwerfen Nom 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 Hat sehr sehr gut Geschmeckt wir wollten mal fragen wo steht Ihr denn sonst mit eurem Stand wenn jetzt nicht Gerade Weihnachten ist Adi mit Mochis Moment Ich hab noch mal eine Karte Könnt ihr auch bei Flix Flix Und hier habt ihr noch mal eine Karte Chubby Cheeks Die dicken Wangen heißt das übersetzt Die dicken Wangen heißt das übersetzt Kastanienallee Ah cool Hans Trotha Das ist der Schiff sozusagen Von Mochis Ja sehr cool Vielen 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 Dank Ja tschüss Ja tschüss Ja tschüss Er ist ja wirklich netter gewesen auch Mit Portrait Ja 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 man sieht ihn auch ganz Schatz So sind sie ready Okay Okay Gucken sie mal Okay Alle bewegen sich Am besten ist das Kamel mit der Zunge Ich finde das auch gut Aber ist sie noch gar nicht Weihnachten Jesus ist noch gar nicht geboren Dauert noch ein bisschen Dafür müsste noch Herr sein Ja ganz drauf Schatz Warte Stop 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 Warten sehr kurz Drei Zwei Eins Ja Die Gelegenheit Die Tüten hängen doch schon bereit Anstandshalber abzuheben Ja hier kann man was erleben Joppe heißt er Unser Fleischermeister Aus dem Haveland Den ihr habt heute hier am Stand Kommt her Dann mache ich euch die Taschenschühe Guck mal wunderbar Oh und guck mal Da kannst du gleich so anhängen Ist das eine Minikamera? Das hier ist ein Licht dran Ach da ist ein Licht Kein Wunder dass er so viel verspricht Mann Ich hab so Da ist ein Licht dran Der böse Bube Der stellt alles auf Youtube Mensch So pass auf hier Also erstmal Ich zeig euch mal meine Angebote Direkt zur Weihnachtszeit Da gibt es zuhause auch keinen Streit Ja Jetzt länger Mithänger Der Traum Mithänger für Weihnachtsbaum Das Salami drin Im Leinensack Könnt ihr hängen lassen Bis zum Samen immer Leinstag Die wird dann kleiner Aber nicht gemeiner Stück vier Drei Stück für einen Zehner Ohne euch zu kränken So was kann man Dufte verschenken So Das ist mein Angebot Dann hab ich noch Milaket Großverdiener Janset Paket Lecker Wiener Ja So ein Janset Paket für einen Fünfer So ein 20 Stück Habt ihr ein Glück So dann hab ich nochmal hier Bierbeißer Das sind die langen nur in kurz Weil das andere ist mir Schnurz Janset Wiener Paket für achte Immer sachte So dann hab ich noch Bauernknacker Paket für vier Euro Kriegt ihr auch überall In den Imbissen Richtig lecker Ohne Scheiß Die schmecken kalt Die schmecken heiß So und Ich packe euch hier Eine wunderschöne Schinkenteebus Da ist mehr Schinken drin Als die Krampfadern Von der Steherei hier Salami Knobeliert Damit ist von dem Blutsauber nichts passiert Sind ja mit Happy End Jetzt neue im Parlament So dann haben wir hier Bierbeißer Mit dabei Ein Pärchen Wie im Märchen Grobpolnische Ideal für Grünkohl Für den Eintopf Hast du nicht gesehen Da fühlt sich der Vati drüber Klindauer Knüppel Muss er erst werden Ruhig noch Zwei Wochen aushängen lassen Bisschen atmen lassen Einfach eine Küche Nehmliche Schulhandtücher So mach ich das immer Mit dabei Schlesische Mett Wie so Operjane Gibt's noch dabei So dann jetzt nochmal Schinken Und der ist mager Wie mein Schwager Kannst du selber sehen Hier Ich muss hier stehen Mein Schwager ist kaum noch zu sehen So dann jetzt noch ein Geschenk dabei Hier nochmal eine Jachtwurst Die hab ich selbst geschossen War ich auf die Jacht Deswegen heißt sie jetzt Jachtwurst So und wenn er jetzt zugreift Ist der Clou Pack ich euch nochmals Wie zu Zack Alle 4,15 Wenn ihr das wollt Den nehmen wir mit Dazu gibt's eine Reubleck Gedächtnistüte Fast ganz in weiß Eine Tüte Wurst So und zu dem Mann müssen wir stehen Die merken gerade Er kann mit Geld umgehen Kann nicht jeder Das kann nicht jeder Das kann nicht jeder So ich verkaufe ungewöhnlich Aber ich mach das heute für euch persönlich Siehste mal So muss es sein Zurück gibt's keinen Schein Ganz herzlichen Dank Noch mehr als einen schönen Tag Keinen Streit Und eine wunderschöne Weihnachtszeit Und ohne Geschrei Und ohne Geschrei Hoffentlich ist das eh dann bald vorbei hier Ganz ganz herzlich Ich wünsche euch mal Tschüssi Tschau Die 15 Euro Wurst nehmen wir mit Also wir sind jetzt fertig hier mit dem Weihnachtsmarkt Ich glaub wir haben jetzt alles gesehen Ich glaub ihr habt auch einige Stände gesehen Es gibt so richtig schöne Handwerksleute Ganz viel aus der Umgebung von Berlin und Berliner Umland Und Wurst, Käse, Honig Ja Alles mögliche Auch die Lichter Und Handwerkskunst Der Bernsteinschmuck war auch sehr schön Ja War wirklich alles super schön Und kann auch Laser gravieren lassen Und ja Also richtig schöner Handwerks Weihnachtsmarkt Und Ja Falls ihr mal in Berlin seid Das hier ist offiziell der schönste Auf jeden Fall Und Jetzt endet nicht das Video Sondern ich mach ja Vlogmas Im Dezember immer Das heißt Jetzt häng ich euch noch ran Also das hier ist ja vorgedreht Wie wir unsere Adventskalendertürchen alle aufmachen Wir haben ja mehrere Und das seht ihr jetzt Hallo Herzlich Willkommen zu Vlogmas 2021 Tag 17 Also ich hab 10 Sie müssen auch nochmal Und jetzt kommen nochmal 12 Finger Also wir haben nicht mehr genug Hände frei Das geht halt jetzt nicht Geht halt nicht Ich muss die Kamera grad halten Ja Ich muss an der Möhre spielen Jetzt spielen sie den dritten Tag in Folge an der Möhre Ja An der Möhre rumspielen Ist meine Aufgabe Ja Ich dachte das wäre meine Aufgabe Ja auch Also Was haben wir denn jetzt heute alles entdeckeltig Weckeltig Ah Hilf mir mal bitte Osa Ah Da gibt es ein Hilf mir mal bitte Osa Achso Hier ich soll beides nehmen Fräulein Fräulein Außerdem sehe ich hier grad unseren besten Mann im Haus Ach Schiebe Na Und das ist ja nicht der beste Mann im Haus Hat sich verfangen Der ist wieder unten Der ist wieder reingepahnt in die Dinger Kabel auf dem Fußboden sind nicht gut für den Stoff- und Wischroboter Los Was haben sie da eine Stange Eine Stange Die müssen wir Das ist eine Das ist wieder so eine Honigknabberstange Weil die hat diese weißen Perlen drauf Ja Cool Ja rüber gehen zu den W-W-W-W-Wallies Honig Oder das kleinste Popcorn der Welt Achso Was? Entschuldigung Das kleinste Popcorn der Welt Das macht natürlich Sinn Ja Also So So Ihren Fruchtring haben sie noch nicht Der haben sie ein bisschen ran ran geknappert Den haben sie aber noch nicht aufgegessen Vielleicht kommen sie da nicht so gut ran Ja Also müssen wir doch die Halterung besorgen Da müssen wir die runden Türchen öffnen Ja Machen wir morgen wieder eine Okay So So Sie laufen bitte hoch Schnell wieder rüber Oha Oh nein Was ist denn da passiert Elfi blockiert die Dinger Schokoriegel Heißt Heute können wir keinen Schokoriegel essen Weil Elfi die essen möchte Ist das so? Ist das so? Scheinbar ja Hm Elfi Warum möchtest du, dass wir keine KitKat Chunkies essen? So geht das aber nicht Ne So geht das nicht Das ist schon sehr frech Ja Und den Tannenbaum wolltest du auch noch haben Aber Tee gibt es trotzdem Tee gibt es trotzdem Sie kann nicht beides von uns blockieren Ne Also Suchen Sie mal Ich suche ja Ich habe hier die 17 Und wir haben heute Tannenduft Ja Riechen Sie bitte nochmal Ich habe es nicht gesehen Riechen Sie bitte nochmal Ich habe es nicht gesehen Riechen Sie bitte nochmal Ich habe es nicht gesehen Fußlotion Das ist sehr gut Für deine Stinkefüße ist das gut Was? Ich habe Stinkefüße sagen Sie? Ja Ja Doch ich finde das riecht sehr nach Tannen Na doch jetzt sehr Aber im nicht angebrannten Status hat es nicht so doll gerochen So Das liegt vielleicht daran Dass du nicht so eine gute Nase hast Das kann natürlich sein Huch Oh so hat die Powerbank weggeworfen Ich muss ja auch sie ausrichten Dass sie gut sichtbar sind Ja Aber sie müssen auch gut sichtbar sein Ich setze mich hinter sie Eine Mira und ein Uso Oh du hast es gespoilert Jetzt hast du mir den Suchspaß verdorben Kokos mit Kekscreme Aber du hättest ja nicht hingucken müssen Ich habe das nicht mit Absicht gemacht Nice to sweet you Steht da wieder drauf Nice to sweet you Mmmmm Oh Kekscreme Kekscreme Ja Das weiße Schuppe Das weiße Schuppe mit Keksstückchen drin Mmmmm Mmmmm Keksgeschmack finde ich gut Ist schon lecker Kann man so sagen Ja Die Zuschauer hatten ja auch gesehen Als wir im Panko Center waren Da habe ich mir Einen Eiscreme geholt Eine Eiscreme Kugel Mit Nom 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 Heute bist du wieder schwedische Blaubeere dran? Ne Der lag ja noch von gestern Achso Die haben wir gar nicht genutzt Gelbe Früchte Parade Nein Nehmen sie die gelbe Früchte Parade Ja Der ist auch jetzt schon zerstört Ja Aber ich habe auch nur ein Blatt Papier genommen Wenn man ein stärkeres Papier Ein Basteltpapier Starkpapier Oder so Dann hält es natürlich ein bisschen schöner Leute Dann machen wir das so Das kommt weg Morgen kriegt jeder einen Riegel Juhu Bowl Topping Was ist denn ein Bowl Topping? Würzmischung Sesamsaat Auf jeden Fall schon mal nice Meersalz Tomatenraspeln Paprikaraspeln Schwarzkümmel Lauch Sumat Gewürzzubereitung Ingwer Pfeffer Petersilie Koriander Also auf jeden Fall Für eine herzhafte Bowl Und keine Obstbowl Ja Ja Passt wahrscheinlich gut zu Reis oder so Ne Macht man eine Bowl mit Reis Ja Oder mit Egal ob du Couscous mit Ofengemüse Oder einen leckeren Tahindressing Oder Pachoymürchen Und Reis mit Erdnusssoße In deine Bowl Es füllst Unser Bowl Topping Setzt deine persönlichen Kreation Das würzige Krünchen auf Das ist ja krass Das heißt man Aber die haben echt viele Kalorien 370 Kalorien Ja weil da auch wieder 15 Gramm Zucker drin sind Auch 100 Gramm Deswegen Ja deswegen schmecken die halt auch so gut Aber kalorientechnisch ist das natürlich nicht das Beste Ich hatte hier einmal den Yoga Adventskalender Den wir heute machen Das ist übrigens Lippmacht-Yoga Leute Ihr könnt alle von eurer Couch aufstehen Oh So Nehmen sie mal runter Dass ich das wieder aufstellen kann Lass los Die Ordnung Lass los um Neues zuzulassen Glück ist sich selbst genug zu sein Arthur Schopenhauer Die Seitbeuge Auch wenn du das manchmal glaubst Du musst zu Weihnachten niemanden etwas beweisen Du bist wunderbar so wie du bist Du tust genug Du bist genug Lass dir von außen nicht einreden Das ist nicht reich Diese Übung wird dir helfen Negative Gedanken los Und neue Inspirationen und Impulse zuzulassen Begib dich in den Schneidersitz Oder den stabilen Stand Streck den rechten Arm nach oben aus Beuge langsam ausatmen Den Oberkörper nach links Nimm den rechten Arm mit Die rechte Schulter strebt weg vom Ohr Und der Blick geht zur rechten Hand Wenn dein Necken dies zulässt Halte diese Position Ein paar Atemzüge lang Und wechsel dann die Seiten Nimm die Dehnung in deinen Seiten wahr Das spürt man hier unten Ja Also im Stehen macht die Übung natürlich mehr Sinn Aber da stand auch Schneidersitz Also ein bisschen merke ich hier noch die Impfung Am Arm Ansonsten Am Nacken merke ich allerdings nichts mehr Also wenn mein Nacken mal so verspannt ist Dass ich nicht mal meine Arme so rüber machen kann Dann sollte ich zum Arzt gehen Arzt gehen fast voll reingebissen Ich bin eine Katze Ich bin eine Katze Ich muss sie am Nacken packen Ich muss sie am Nacken packen Uff Aua Ich möchte das vorlesende Lieblings Adventskalender für Paare So Wann bist du schon aufgeschlagen? Achso Ja Ich habe es dir extra aufgeschlagen Schatz Ja 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 Ich kriege aber die nächste Seite nicht Meine Finger sind so fettig Hier jetzt Aber du wolltest das doch vorlesen Meine Finger sind so fett Wo lag das Problem? Wie wir den Tag verbringen Verbringen wir unser Leben Ani Dillard Eine amerikanische Dichterin Ja wenn wir unseren Tag schön verbringen Verbringen wir auch unser Leben schön So Jeder hat drei Alltagswünsche für die kommende Woche frei Schreibt diese auf einen Zettel und überreiche sie eurem Partner Er hat in einer Woche Zeit diese zu erfüllen Kann ich auch gleich mal das gleiche aufschreiben? Darf ich sechs Wünsche haben und du gar keine? Ach Das müsst ihr Hier Liebe Zuschauer Diese wunderbaren Videos Ich bin ja ein Fan von Gleichberechtigung Ja Das heißt Frauen haben genau gleich viele Wünsche wie Männer Also ich bin nicht für die Gleichberechtigung Ich bin persönlich Dass die Frau so ein Tick einfach besser berechtigt ist Aber es muss auch so sein Weil man muss ja das jahrelang Ungleichgewicht ausgleichen können Und wenn es ein Gleichgewicht gibt zwischen Mann und Frau Dann würde die Frau ja nicht aufholen Dann fang ich dir gleich noch mal in den Nacken, Schatz Deswegen finde ich es einfach so ein Ticken mehr So mit welchen fünf kleinen Dingen kann man dich glücklich machen? Also So kann man immer mit nicht jugendfreien Sachen sehr sehr glücklich machen Ich glaube das gilt aber für alle Männer Ja das macht mich sehr glücklich So generell Aber generell bin ich auch sehr glücklich wenn ich spielen kann Freude habe, Spaß Ja Ein Dach über dem Kopf habe Das kann ich ja nicht für dich machen was du jetzt aufzählst Du kannst schon mit mir spielen Ja also das geht schon Also nicht das Internet ausmachen Nee Das ist ja meine Aufgabe Nein 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 nicht Nee aber auch so Wenn du für mich kochst Das macht mich auch sehr glücklich Dann kann ich jetzt auch essen Das finde ich auch sehr gut Ja das mag er auch Wenn das Essen einfach schön heiß auf dem Teller serviert An den PC wandert Er spielt die ganze Zeit Rechelt nicht damit Und dann freut er sich Das Essen auf einmal neben ihm steht Denn das freut ihn ja Ja also ich habe auch fünf Du kannst mir auch fünf Sachen sagen Drei Achso Buch Du kannst mir fünf Sachen sagen Mich freut es auch wenn der Ausat mich immer hin und her fährt Weil einige wissen es ja Ich habe ja keinen Führerschein Und ich wohne ja in Berlin Ich würde ja auch überall mit den Öffis hinkommen Aber Der Privatchauffeur ist natürlich ein bisschen angenehmer und schöner Wenn der Ausat auch Zeit hat um mich zu begleiten Damit ich es einfacher habe Noch ein bisschen Wir müssen nachher noch raus Noch ein bisschen Dankeschön So Adventskalender 0 24 mal weniger ist mehr 17 Mein eigener Weihnachtspunsch Warum muss es eigentlich immer der billige Weihnachtspunsch Weihnachtspunsch Warum muss es eigentlich immer der billige Rotwein sein? Vergiss das Einkaufen Sei spontan Zutaten haben wir eigentlich immer zur Genüge zu Hause Wahrscheinlich ist unsere Innereo so eingestellt Dass uns gerade an Weihnachten die Hamstereinkaufslust überkommt Dabei hat man eh schon genug in den Regalen Vor allem die man schon äußerst selten einsetzt Vanilleschoten, Gewürzneriken, Granatapfelkerner Die kannst du jetzt endlich endlich aufbrauchen MHD seit 3 Jahren abgelaufen Dann hör auf deinen Verstand Gewürze können höchstens ausduften Richtig schlecht werden sie bloß nur rumliegen in der Regel nicht Challenge 17 Also das ist auf jeden Fall schon mal richtig Vanilleschrot und Gewürzneriken haben wir in der Tat auch zu Hause Und brauchen wir nicht sehr oft Challenge 17 Bist du hungrig? Wir kochen gleich Schatz Challenge 17 Zutaten suchen Rezept Wenn du also mal alles nach weihnachtlichen Geschmacksgaranten durchsucht hast Kann es losgehen Es muss nicht immer der klassische Glühwein sein Kreiere doch einfach etwas Neues mit dem was du hast Deinen persönlichen Superpunsch Also mixe zusammen was harmoniert Besonders schmeckt und im besten Fall leckerst Ingwer, Orangener Fruchtsaft und Tagebuttentee Oder doch lieber die Milchvariante mit Schoko und Espresso Sahne und Eierlikör Das ist mein neues Kultgetränk Kann man aufschreiben Selber machen Mit Sachen wie man eh schon hat Finde ich ganz gut Handhaben wir aber auch schon ganz viel Dass wir quasi alles selber machen Genau und was man so selber machen kann Und was sich auch lohnt Sag ich mal vom zeitlichen Aufwand her Ja und Vorräte versuchen wir ja auch immer regelmäßig aufzubrauchen Damit da nichts schlecht wird Ja haben wir dieses Jahr ganz ganz krass gemacht Und jetzt sieht unsere Küche sehr sehr gut aus Was so die MHDs angeht Ja Ihr kennt das doch immer Da wird irgendwas gekauft Und irgendwas liegt immer ewig lange rum Weil man einfach Bock drauf hatte Und es dann doch nicht genug hat Ja ich denke auch so bei manchen fancy Sachen so Nimmst du mal die Abwechslung hier ein bisschen Quinoa oder so Da musst du nicht nur Nudeln oder Kartoffeln und Reis essen und so Da gibt es ja noch ganz viele andere Alternativen Aber man isst es halt im Alltag einfach nicht Ne Quinoa schmeckt gar nicht so schlecht Aber am Ende bereitet man ja doch Nudeln, Kartoffeln oder Reis zu Dann liegt es halt jahrelang rum Ja okay Wir haben alles ausgepackt Die Vögelis sind versorgt Mein Schaldingen sind es gestern gekommen Das habe ich euch gezeigt Ich habe noch eine neue Schalaufhängung gezeigt Das kam gestern ganz spät im Video zu sehen Das heißt meine alte Schalaufhängung habe ich schon zurückgeschickt Also ich habe schon einen QR-Code Ich muss es zurückschicken Wir können die alte in den neuen Karton packen Und wir können es zurückschicken können Weil es nicht so gut funktioniert hat Und das war jetzt auch schon das ganze Video Wie gesagt war das ja im Zuge von dem Kleeblatt Adventskalender Das heißt hier könnt ihr zweimal 25 Euro Gutscheine gewinnen Ich wollte es nochmal erwähnen Ich habe es ja am Anfang schon erklärt Alle Teilnehmer von dem Adventskalender sind natürlich unten in der Infobox verlinkt Und jeder, also außer ich in diesem Video, hat einen Buchstaben versteckt Weil ich hatte ja zwei Videos in diesem Kalender Im ersten Video von mir ist auch ein Buchstaben versteckt Das war am 6. Am 6. Genau, dann müsstet ihr dieses Video nochmal schauen, wenn ihr den Buchstaben suchen wollt Ja, in diesem Video ist kein Buchstabe versteckt Und alle Buchstaben von den Teilnehmern von dem Adventskalender Also überall sind Buchstaben Und das ergibt natürlich am Ende ein sinnvolles Wort Und das Wort, das müsst ihr einfach nur an eine E-Mail Adresse schreiben Müsste aber auch alles unten in der Infobox Drinnen bis Weihnachten 12 Uhr Und dann wird es am Heiligabend sozusagen am 24. noch ausgelost Als Last Minute Weihnachtsgeschenk für irgendjemanden von euch Und da kann man halt zwei 25 Euro Gutscheine gewinnen Genau Das ist halt eine ziemlich coole Sache Das wollten wir nochmal erwähnt haben Alle Teilnehmer sind unten auch in der Infobox Und ja, dann war es das auch schon mit unserem Video hier Also wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren Abonnieren ist kostenlos Ich freue mich darüber Außerdem verpasst ihr dann gerne weiteren Videos von uns Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder Bis dahin Ciao 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 Merry Christmas and a Happy New Year.